Musik So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Jetzt ist das, was ich erzähle, überhaupt nicht synchron mit dem, was ich da tue, denn ich tue das zu einem anderen Zeitpunkt, als ich jetzt erzähle. Das liegt daran, dass ich das Material, was ich ursprünglich zum Feuer eingequatscht habe, so gar nicht mehr brauche, beziehungsweise anderweitig verwurschtelt habe und jetzt habe ich zwar eine Szene mit Feuer, aber keinen passenden Text dazu, also quatsche ich da jetzt einfach einen neuen Text drüber und als kleines Anschau-Material gibt es dann halt einfach ein kleines Lagerfeuerchen nebenbei, während wir uns unterhalten über das 900 Millionen Euro starke Töpflein, das der Herr Özdemir, also unser Forstminister und Landwirtschaft und Verbraucherschutz und was der sonst noch alles macht, uns quasi jetzt aufgedrückt hat, um die Situation des Waldes zu verbessern. Das habe ich jetzt absichtlich kritisch formuliert, weil im Großen und Ganzen habe ich nicht viel zu meckern. Ich habe zwar das Gefühl, dass ich meckern sollte, weil man grundsätzlich immer an der Regierung rummeckern sollte, gute alte Tradition, aber ja, klimaangepasstes Waldmanagement nennt sich das Ganze und im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus, dass man sich da einen Zuschuss holen kann beim Staat, wenn man ein solches klimaangepasstes Waldmanagement betreibt. Das wird dann kontrolliert, ob denn das der Fall ist und da muss man sich an zwölf Kriterien, waren es glaube ich, halten und dann kriegt man Geld und zwar 100 Euro pro Hektar und Jahr an Förderung über 10 beziehungsweise 20 Jahre, je nachdem wie groß der Wald ist, den man da so hat. Das ist ganz nett, ja, das ist jetzt auch nicht unglaublich viel Geld, aber normalerweise würde ich jetzt behaupten, dass diese Summe tatsächlich ausreichend sein sollte, um eventuell entstandene Mehrkosten durch eine klimaangepasste Waldmanagement-Technik wieder auszugleichen. Daher, die Summe ist okay, es hätten wegen mir auch 200 Euro sein dürfen, klar, mehr ist immer besser für denjenigen, den es persönlich betrifft, aber jeder Sektor in Deutschland braucht wahrscheinlich mehr Geld und dann kann man sich da wunderbar trefflich kloppen. Jedenfalls hat sowas tatsächlich Stand jetzt in dieser Form noch nicht gegeben. Von der Klöckner-Julia, also der Vorgängerin vom Herrn Özdemir, gab es ja die Idee, dass man einfach neu aufforsten lässt, wenn einem der Wald verloren gegangen ist und dafür Förderungsmittel zur Verfügung stehen, damit die Aufforstung überhaupt stattfindet. Das war zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht ganz falsch und da sind auch die ein oder andere gute Aufforstung mit bezahlt worden. Das ist also, ich will mich da gar nicht drüber beschweren. So ein bisschen das Geschmäckle, was allerdings dieses rausgeschüttete Geld da hatte, war halt, dass das jeder bekommen hat, der Wald verloren hat, unabhängig davon, ob er daran jetzt selber schuld war. Und das befreit so ein bisschen den Waldbesitzer, den privaten Waldbesitzer, vom unternehmerischen Risiko, das du halt nun mal hast als Unternehmer, was du als Waldbesitzer auch irgendwie bist, genau wie der Landwirt. Wenn dem sein Zeug auf dem Acker verreckt, dann ist ihm dein Zeug auf dem Acker verreckt. Und da springt jetzt in erster Instanz jetzt auch nicht sofort der Staat ein und bezahlt es ihm trotzdem, obwohl es verreckt ist, sondern das ist halt sein persönliches Risiko, dass ihm das nun mal passieren kann, wie in jedem anderen Gewerbe auch, logischerweise. Ja, da jetzt aber mit dem Wald trotzdem im Interesse des Allgemeinwohls nun mal einhergeht und wir alle was davon haben, wenn der Wald noch steht, nicht nur derjenige, dem der gehört, ja, ergibt es vielleicht schon Sinn, da ein bisschen Staatsgelder, also sprich unser aller Gelder, reinzupumpen. Aber ja, mich hat das immer ein kleines bisschen bei dem vorangegangenen Förderprogramm gestört, dass da eben auch derjenige, der noch vor 20 Jahren Fichte gepflanzt hat, obwohl da schon längst klar war, auch in Regionen, wo man wusste, dass Fichte pflanzen keine gute Idee mehr ist, trotzdem noch Fichte gepflanzt hat und der kriegt das gleiche Fördergeld, wenn er jetzt damit aufhört, Fichte zu pflanzen, auf gut Deutsch, wie jemand, der seit 50 Jahren schon keine Fichte mehr gepflanzt hat und dessen Wald jetzt noch steht. Der kriegt dann aber kein Geld, weil sein Wald steht ja noch. Und das ist irgendwie ein bisschen, das hat so ein Geschmäckle. Also ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ich habe das an anderer Stelle schon ausführlicher ausgeführt. So, und das ist jetzt eben anders bei diesem neuen Förderprogramm. Das werden wir jetzt im Detail, wie gesagt, noch klären. Aber grob nochmal hier die Zahl. 100 Euro pro Hektar Wald pro Jahr über 10 bis 20 Jahre, je nachdem, wie man sich da festlegt. Das ist meines Wissens alles noch nicht so ganz in der Praxis angekommen. Hier und da gibt es noch für mich persönlich ein paar kleine Fragezeichen. Ein paar kleine, nichts super Gravierendes, bis auf eine Sache. Vielleicht habe ich es aber dazu einfach nicht gefunden, ob das schon näher geklärt ist oder nicht. Gut, aber jetzt gibt es hier eine schöne Pressemitteilung vom 1. November, die eben die Pressestelle vom Bundesministerium und so weiter herausgegeben hat. Und da steht drin, da zitieren sie den Herrn Minister, der, ne, also von Nestle Julia rede ich ja meistens relativ abfällig. Die hat sie es auch verdient aus meiner Sicht. Beim Herrn Özdemir ist es so, dass er noch nichts Schlimmes angestellt hat. Und daher sage ich noch Herr Özdemir, nur damit die Diskrepanz zwischen Nestle Julia und Herrn Özdemir erkennlich und erklärbar wird. Also zumindest in ihrem jeweiligen Job als mein Minister sozusagen, nämlich eben der oder diejenige, die für den Wahl zuständig ist. Das ist halt eben, ne, da gucke ich am meisten drauf. Gut, und wie gesagt, hier in der Pressemitteilung wird der Herr Özdemir zitiert und da kann ich jetzt Folgendes vorlesen. Unsere Wälder brechen unter der Last der Klimakrise regelrecht zusammen. Damit der Wald vom Patienten zum Klimaschützer werden kann, starten wir jetzt ein gewaltiges Waldklimapaket. Mit 900 Millionen Euro unterstützen wir Waldbesitzende dabei, ihre Wälder an die Folgen der Klimakrise anzupassen. Den Waldbesitzenden liegt viel daran, ihre Wälder stark zu machen und für kommende Generationen zu erhalten. Wir geben Ihnen für diese wichtige Zukunftsaufgabe jetzt eine verlässliche Perspektive. So, dann kommt ein Haufen Text von der Pressestelle selber. Über das neue bundesweite Förderprogramm können bis Jahresende 200 Millionen Euro abgerufen werden. Das Programm ist Teil der Honorierung der Ökosystemleistung des Waldes von klimaangepasstem Waldmanagement. Dafür stehen aus dem Klima- und Transformationsfonds 900 Millionen Euro im Rahmen der Finanzplanung bis zum Jahre 2026 bereit. Gefördert werden mit dem klimaangepassten Waldmanagement kommunale und private Waldbesitzende, die sich je nach Größe ihrer Waldfläche dazu verpflichten, elf beziehungsweise zwölf Kriterien eines klimaangepassten Waldmanagements über zehn oder zwanzig Jahre einzuhalten. Wer gefördert wird, muss einen Nachweis eines anerkannten Zertifizierungssystems über die klimaangepasste Waldbewirtschaftung erbringen. So, und hier komme jetzt wieder ich und weise darauf hin, der letzte Punkt, nämlich dass ein Nachweis über eines anerkannten Zertifizierungssystems über die klimaangepasste Waldbewirtschaftung erbracht werden muss. Da habe ich noch nicht ganz kapiert, wie das genau funktionieren soll. Insbesondere, wer bezahlt denn für diesen Nachweis? Weil wenn man jedes Jahr sich einen Zertifizierer in den Wald holen muss, der da durchspringt und sagt, ja, dein Wald ist klimaangepasst, hast du alles fein gemacht, jetzt hätte ich gern hier 5000 Euro dafür, dass ich deinen Wald angeguckt habe, dann wird das Geld natürlich sofort wieder aufgefressen. Das heißt, da hat man letztendlich nichts von. Drum ist eben der Knackpunkt, inwieweit kostet diese Zertifizierung Geld? Und das konnte ich leider noch nirgendwo erkennen, wo das näher geregelt ist und wo das näher erklärt wird. So, aber ich lese jetzt nochmal weiter vor und zitiere wieder den Herrn Özdemir. Wer den Wald stark macht, macht starken Klimaschutz. Denn jeder stabile Hektar Wald schützt das Klima und bietet Tieren, so wie wir pflanzen, einen reichhaltigen Lebensraum. Und nur starke Wälder liefern verlässlich den nachwachsenden Rohstoff Holz und bieten uns Menschen einen Ort zum Erholen. Biodiversität und Strukturreichtum sind Grundvoraussetzungen dafür, dass sich unsere Waldökosysteme an ein geändertes Klima anpassen können. Punkt. So, dazu schreibt jetzt noch weiterhin die Pressestelle. Stark und resilient sind Wälder dann, wenn in ihnen mehrere Baumarten verschiedene Altersstufen wachsen, also gesunde Mischwald, statt anfällige Reihenbestände, vielfältige Mischwälder halten mehr Wasser im Boden, lassen natürliche Anpassungsprozesse als Reaktion auf den Klimawandel zu und speichern Kohlenstoffen, Holz und Boden. Punkt. So. Und jetzt sind wir durch mit dem Vorlesen, denn an der Stelle meine erste Einordnung des bisher Gehörten, das ist alles richtig. Punkt. Das tut mir jetzt leid. Für diejenigen, die den Herrn Özdemir nicht mögen, die wird es mit Sicherheit geben. Aber das ist faktisch. Und da müssen wir jetzt unterscheiden. Reden wir hier von der Person Cem Özdemir oder reden wir von dem, was er gerade tut, beziehungsweise sein Ministerium. Und wenn wir über Letzteres reden wollen, ist das eben Gesagte de facto nach meinem Kenntnisstand und wegen dem seid ihr wahrscheinlich hier, ist das alles vollkommen richtig. Und da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Null. Das ist einfach faktrichtig. Soweit wir das aus dem aktuellen Stand meiner und unserer Forstwissenschaft soweit sagen können. Können wir nicht vorstellen, dass irgendein nennenswerter, vernünftig ausgebildeter Waldökologe dagegen jetzt erstmal was hat. So. Soweit erstmal. Soweit erstmal. Im Detail. Das kommt jetzt. Gut. Und damit legen wir auch mit der Detailbetrachtung schon los. Denn jetzt muss man eben, wenn man diese Förderung beantragen möchte, diese elf beziehungsweise zwölf Kriterien erfüllen. Und welche das sind, das gucken wir uns jetzt an. Die blende ich euch jeweils an. Dann kommen wir immer wieder zurück zum Feuer. Dann muss ich das nicht jedes Mal wieder kommentieren. So. Punkt 1. Seht ihr jetzt hier eingeblendet. Die Schreibweise ist ein bisschen mühsam. Das liegt daran, dass das der aktuellste Text von der Website ist. Den habe ich deswegen genommen, ja weil er halt am aktuellsten ist. Nicht unbedingt, weil er am schönsten zu lesen ist. Aber da haben wir am meisten Infos drin. Gut. Und einen Link findet ihr alles in der Videobeschreibung. Verjüngung des Vorbestandes, Vorausverjüngung durch künstliche Verjüngung, Vorausverjüngung durch Voranbau oder Naturverjüngung mit mindestens 5 oder mindestens 7 jährigen Verjüngungszeitraum, Vornutzung bzw. Ernte des Bestandes in Abhängigkeit von Ausgangs- und Zielbestand. Klingt kompliziert, bedeutet de facto aber eigentlich nur, dass du 5 oder 7 Jahre, bevor du deinen Wald platt machst, also wirklich die dicken Bäume alle erntest bzw. fällst, verhökerst, verkaufst, nutzt, wie auch immer man das nennen möchte, 5 bzw. 7 Jahre da davor muss sichergestellt sein, dass du dich bereits um die Verjüngung unten drunter gekümmert hast. Das heißt, die Bäume, die dann 7 Jahre später gefällt werden, müssen unten drunter eine dichte Schicht von Verjüngung aufweisen, sonst darfst du die Hiebsmaßnahme noch nicht durchführen und musst im Grunde weiter warten, bis du genügend Verjüngung hast, damit du überhaupt den Altbestand entfernen kannst. Hintergrund ist der, dass wenn da unten drunter schon junge Bäumchen rumstehen, in Hb8-Stellungen, dann wächst die nächste Waldgeneration nach Entfernen der Altbäume sofort hoch und es entsteht keine lange Lücke und wir haben optimale Phasenübergang von Altwald zu Jungwald im Grunde. Das ist eigentlich forstliches Handwerkszeug, absolutes basisforstliches Handwerkszeug, das jeder Förster in seinem Wald anstreben müsste, wenn er von seinem Job was versteht. Wem das egal ist oder wer das heutzutage ignoriert, eine vernünftige Vorausverjüngung zu haben oder eine Naturverjüngung oder einen Voranbau durchgeführt zu haben, Vorausverjüngung ist der Sammelbegriff, Voranbau wäre eine künstliche Verjüngung, heißt man hat die Bäumchen gepflanzt, Naturverjüngung heißt, die sind von alleine gewachsen. Letzteres ist besser, kostet weniger Geld, kommen wir gleich noch dazu. Aber das ist absolutes forstliches Basic, bedeutet für uns, wenn wir jetzt diesen Antrag stellen wollen würden, nur beispielsweise und wir haben unseren Job einigermaßen gelernt und wissen, wie man einen Wald bewirtschaftet, dann ist Punkt 1 sowieso ein Selbstläufer, weil anders sollte man einen Wald einfach nicht bewirtschaften. Das wäre in jedem Fall dumm. Das wäre auch dann dumm, wenn du immer noch Fichte pflanzen möchtest, selbst dann brauchst du eine Vorausverjüngung. Also spricht wirklich überhaupt nichts gegen Punkt 1, den so durchzuführen. Das ist kein Leidensdruck. Bisher sind die 100 Euro also sozusagen geschenkt. Wir kommen zu Punkt 2. Die Naturverjüngung hat Vorrang, sofern klimaresiliente, überwiegend standortheimische Hauptbaumarten in der Fläche auf natürlichem Wege eingetragen werden und anwachsen. Auch das sollte eigentlich ein Selbstläufer sein. Da steht im Grunde drin, dass das, was von alleine in deinem Wald wächst, was dich a, nichts kostet und was b, am besten an deinen Standort angepasst ist, dass das Vorrang hat, sofern es einigermaßen passt. Klimaresilient bedeutet, es gibt eine Liste von Baumarten, die als klimaresilient gelten, beispielsweise pure Eiche, immer noch Fichte halt nicht oder irgendwelche ganz krass kälteliebenden Sachen, die gelten alle nicht als klimaresilient. Auch die Kiefer ist, glaube ich, nicht mehr drin in dieser Liste. Überwiegend standortheimische Baumarten bedeutet überwiegend, das habe ich lange nachlesen müssen, 51 Prozent, dann ist es schon überwiegend. Da ist also auch kein Leidensdruck, dass mehr als die Hälfte, sprich 51 Prozent der Baumarten, standortheimische Baumarten sein sollten, gehört eigentlich meiner Meinung nach auch fast in jedem Wald realisiert, wenn es nicht gute Gründe gibt, weshalb das nicht so sein soll. Und insofern ist dieser Satz auch so formuliert, sofern klimaresiliente überwiegend standortheimische Baumarten in der Fläche auf natürlichem Wege eingetragen werden und anwachsen. Wenn das also gar nicht geht, weil es nicht passiert, weil weit und breit keine standortheimischen Baumarten oder klimaresiliente Baumarten vorhanden sind, dann hat diese Naturverjüngung, die da sonst trotzdem entsteht, aber die dann halt von den falschen Baumarten stammt, die hat dann nicht Vorrang. Soll heißen, in dem Fall kannst du auch was anderes pflanzen, wenn das, was du von alleine bekommst, halt Mumpitz ist. Ganz einfach. Also auch da meiner Meinung nach ein minimaler Leidensdruck. Die einzige Vorgabe entsteht hier dadurch, dass es sich dann überwiegend um standortheimische Baumarten, also sprich 51 Prozent, handeln soll. Das halte ich aber auch aus wissenschaftlicher Sicht für schlicht sinnvoll. Das lässt immer noch 49 Prozent Douglasie zu. Zum Beispiel. Nicht, dass man das machen sollte, aber man könnte es. Das wäre noch okay und man würde trotzdem die Förderung bekommen. Ja, auch nicht weiter dramatisch ist Punkt 3. Bei künstlicher Verjüngung sind zum Zeitpunkt der für Jungen geltenden Baumarten Empfehlungen der Länder oder, soweit solche nicht vorhanden sind, der der jeweiligen Region zuständigen forstlichen Landesanstalt einzuhalten. Dabei ist ein überwiegend Standort heimischer Baumartenanteil einzuhalten. Das bedeutet also im Grunde nichts anderes als, wenn du Bäume pflanzt, künstliche Verjüngung heißt Pflanzen oder säen theoretisch, aber meistens Pflanzen immer noch, dann solltest du dabei mindestens 51 Prozent standortheimische Baumarten verwenden und darfst nur eben besagte 49 Prozent, zum Beispiel Douglasie, oder von mir aus 10 Prozent Roteiche, 10 Prozent Douglasie, 10 Prozent Atlaszeder, 10 Prozent Küstentanne und 9 Prozent, keine Ahnung, Pflaumeiche pflanzen. Also du hast da unglaublich viele Möglichkeiten, immer noch dieses überwiegend mit den 51 Prozent, das schränkt einen kaum ein. Man hat sowieso kaum Möglichkeiten im Wald, über die weniger als 51 Prozent Standort heimische Baumarten zu haben, wenn man eine naturgemäße Waldbewirtschaftung betreibt und das ist etwas, was wir in Zukunft halt einfach machen müssen, falls wir stabile Wälder haben wollen. Ja, da ist einfach nicht dran zu rütteln und damit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 4. Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr zu erklären. Zulassen von Stadien der natürlichen Waldeentwicklung, Sukzessionsstadien und Wäldern insbesondere aus Pionierbaumarten bei kleinflächigen Störungen. So, kleinflächig müsste 0,3 Hektar oder kleiner sein, aber wenn es so ganz winzig kleine Störungen sind, dann ergibt es sowieso keinen Sinn, dann nennenswert etwas zu unternehmen. Und das heißt im Grunde, dass man, wenn man ein kleines Loch in den Wald bekommen hat, durch eine Störung, Störung ist zum Beispiel ein Sturm, das kann sein eine Borkenkäferkatastrophe, eine kleine Borkenkäferkatastrophe wohlgemerkt, das kann sein Kinder mit Motorsäge, ja, also jeder Faktor, egal welcher, der außerplanmäßig zum Verlust von Bäumen und einem Löchlein im Wald sozusagen führt, ist eine Störung. So, und wenn die eingetreten ist und sie ist eben nur kleinräumig, dann wird von dir verlangt, sofern du deine 100 Euro haben möchtest, dass du auf dieser Fläche die natürliche Verjüngung und die natürliche Sukzession so weit in Ruhe lässt, dass der Wald das Loch von alleine zumachen darf. Das heißt, du pflanzt da nicht sofort drauf, sondern, du darfst es schlicht auch gar nicht, sondern du lässt den Wald das von alleine zumachen mit Samen, die einfach die umliegenden Bäume auf die Fläche draufschmeißen. Und insbesondere musst du es zulassen, wenn die Samen der Bäume, die dann hinterher wachsen, vorzugsweise Birke gewesen ist. Birke ist ja Pionierbaum Nummer 1 und wenn man da jetzt einen Pioniervorwald zulassen soll, bedeutet das, dass einem die Fläche mehr oder weniger verbirken wird. Und ja, vor 40 Jahren hätte man die Birke noch als Unkraut bezeichnet. Inzwischen ist sie ein großer Hoffnungsträgerbaum. Jeder möchte inzwischen gern die Birke haben, weil es gibt die Birke überall, auch auf großen Kahlflächen. Es gibt sie gratis. Und drittens hat man inzwischen erkannt, dass man damit auch durchaus ein bisschen Geld verdienen kann und die Nachfrage an Birkenholz steigt tatsächlich. Ikea bietet ja Kunstbirkenfurnier an. Es mag sein, dass Ikea irgendwann mal sogar echtes Birkenfurnier verkaufen möchte und spätestens dann würde nochmal die Nachfrage an Birkenholz ansteigen, beziehungsweise an Birkenfurnierware. Leider ist Ikea ein so großer Global Player, wie man ja im BWL-Sprech sagt, dass es da schon eine Rolle spielt, ob Ikea bei sowas mitspielt oder nicht. Man darf die da also wirklich tatsächlich nicht ganz außen vor lassen. Ja, ich habe euch schon vor ein paar Wochen mal ein Video zum Birkenpionierwald aufgenommen gehabt. Wenn ich daran denke, verlinke ich es euch, falls euch das nochmal näher interessiert. Wälder wie der, der da zu sehen ist, sowas ist da gemeint. Die sehen hübsch aus, die bereichern die Biodiversität, die verschwinden nach spätestens 60 bis 80 Jahren von allein und werden vom normalen Wald ersetzt. Natürlich hat der amtierende Waldbesitzer nichts davon, wenn er einen Birkenpionierwald hochkommen lässt. Mit dem wird er zu weit seines Lebens kein Geld mehr verdienen. Das gilt für jeden anderen Waldtyp. Und wenn er da junge Bäumchen pflanzt, dann sowieso erst recht. Weil wenn er da zum Beispiel Eichen pflanzen würde in die Kahlfläche, bis die Geld bringen, ist der Urenkel dran, sozusagen, in der Waldbesitzerfolge. Daher ist es immer ein Generationenvertrag. Es sollte also für den amtierenden Waldbesitzer sozusagen kein Problem sein, dass man da jetzt eben noch ein bisschen länger braucht, bis da dann die richtig wertvollen Bäume wieder wachsen. Also von daher, ja, es mag Leute geben, die damit nicht einverstanden sind. Und auch da kann ich euch wahrscheinlich noch was zu verlinken, wenn ich dran denke, dass das einer der Punkte ist, die in dieser Regel, beziehungsweise in diesen Kriterien, gerade auch am meisten kritisiert werden, weil du halt in kleine Löcher nichts reinpflanzen darfst. Und da mag es Waldbauer geben, die eben der Meinung sind, wenn ich da nichts reinpflanze, dann wächst da nichts. Das widerspricht aber tatsächlich unserer Forschung, der forstwissenschaftlichen Forschung, die da nämlich ganz eindeutig zeigen kann, ist das Loch im Walde klein genug und hast du halbwegs vernünftig brauchbare Bäume nebendran stehen, dann wächst das Loch garantiert auch von alleine zu, ohne dass du da was pflanzt. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, warum die Naturverjüngung eigentlich überlegen ist. Denn die ist deswegen überlegen, weil sie halt genetisch genau die Info von ihren Eltern mitbekommen hat, die sie braucht, um in den paar Quadratmetern, die als möglicher Runterfallort für den Samen zur Verfügung stehen oder am wahrscheinlichsten sind, perfekt wachsen zu können. Und Bäume sind durchaus in der Lage, Informationen eben an die nächste Generation sogar aktuell weiterzugeben. Man könnte so ein bisschen sagen, im Grunde können Bäume Erinnerungen ein Stück weit vererben. Das funktioniert bei Tieren nur ganz selten bis sehr eingeschränkt. Pflanzen können das aber ganz gut, dass eben über Anhängsel an der DNA, die im Grunde einfach nur eine gespeicherte Information, wie die letzten fünf Jahre war es trocken, an den Nachwuchs weitergeben, möglich sind. Und der Nachwuchs damit, wenn er seine eigene DNA abliest, beim Ablesen der DNA, was ein Organismus ständig tut. Das machen wir ja auch. Leben bedeutet Ablesen der DNA und das bauen, was draufsteht im Grunde. Und das funktioniert eben dann bei Pflanzen genauso. Und dann lesen die jedes Mal mit, während sie quasi ihre DNA ablesen. Oh, die letzten fünf Jahre war es trocken. Ergo, ich sollte mal vor allen Dingen die Gene ablesen, auf denen draufsteht, was zu tun ist, wenn es trocken ist. Und das ist also eine bestmögliche Anpassung der nächsten Waldgeneration auf eben die Anforderungen des schnell wandelnden Klimas, die man nur haben kann. Darum ist Naturverjüngung im Regelfall, es gibt seltene Ausnahmen, und da muss es gut begründet sein, dann lässt es eben diese Richtlinie ja auch zu. Aber im Regelfall ist Naturverjüngung immer die beste Wahl, weil dann eben die Anpassung über teilweise Jahrhunderte stattgefundene Anpassung an den Standort bestens genutzt werden kann. Holst du dir irgendeinen jungen Baum aus der Baumschule von sonst wo und pflanzt den bei dir in den Wald, dann mag das ein total vitaler Baum sein, aber er hat keine Ahnung, wo er da eigentlich hingepflanzt wird und hat daher auch keine Anpassung an den Ort, an dem er später wachsen soll. Naturverjüngung hat die schon und ist daher in, ich sag mal, 80% der Fälle überlegen. Das ist meine gewagte Äußerung und gewagte Theorie. Daher, ja, das mag umstritten sein, diese Maßnahme, aber ich halte sie für sinnvoll. Punkt 5. Erhalt oder falls erforderlich Erweiterung der klimaresilienten standortheimischen Baumartendiversität, zum Beispiel durch Einbringung von Mischbaumarten über geeignete Mischungsformen. Jetzt habe ich leider nicht rausgefunden, wie hoch denn die Baumartendiversität eigentlich sein soll und wie die genau gemessen wird. Darum ist das so ein Punkt, der ist für mich ein kleines bisschen schwammig, denn die Baumartendiversität setzt sich im Grunde, ja gut, hier heißt es ja Artendiversität, das bedeutet Artenzahl. Das heißt, du sollst eine Mindestzahl von x Bäumen, Baumarten pro Hektar wahrscheinlich da haben, sagen wir jetzt einfach mal, es sind 4 und die, die du schon hast, musst du auf jeden Fall erhalten, soll heißen, wenn dein Waldstand jetzt 4 Baumarten pro Hektar hat, die da vorkommen, das ist schon übrigens relativ viel, dann hast du quasi ein Verschlechterungsverbot und darfst nicht weniger als 4 haben in der Zukunft. Das heißt, du musst den Status Quo irgendwo bewahren, dass es mindestens so gut bleibt. Dass man es noch verbessern muss, kann ich mir bei 4 Baumarten pro Hektar schon gar nicht mehr vorstellen, das wäre ziemlich viel, vielleicht wenn du nur 2 hast, dass du dann eine dritte hinzufügen musst. Das könnte sein, dass das dann eben was ist, was die kleine, ja nicht unbedingt so kleine, aber halt eben die Zahl von Waldbewohnern trifft, die eben tatsächlich eine noch zu kleine Biodiversität von Baumarten auf ihrer Fläche haben, weil die müssten dann was tun. Und je nachdem, auf wie großen Teilen ihrer Fläche sie dann da was tun müssten, um es besser zu machen, kann es natürlich sein, dass die Maßnahmen, die dafür erforderlich sind, sprich Bäume pflanzen, teurer sind, auf lange Sicht, als die Förderung ihnen Geld einbringt. Jetzt kann natürlich die Förderung einfach aus nur einem Teil der Kostendeckung verstanden werden und sie haben sowieso vor, ihren Wald biodiverser, ergo klimastabiler zu machen. In dem Fall empfiehlt sich die Förderung natürlich trotzdem, aber ich habe schon gehört, dass einige Leute genau aus diesem Grund die Förderung gar nicht beantragen wollen, weil sie damit Maßnahmen durchführen müssten, die teurer sind, als sie durch die Förderung bekommen. Dass ihr Wald dadurch allerdings besser, ja besser ist jetzt das falsche Wort, aber zumindest mal klimastabiler wird, das scheint bei der Kalkulation irgendwie nicht mit einzufließen. Daher, ja, auch diese Maßnahme halte ich weitgehend für sinnvoll, dass man da eben eine hohe Biodiversität der Baumarten im Walde haben sollte. Warum? Naja, das ist ganz einfach, da gibt es immer diesen schönen Bauernvergleich, nämlich der Bauer, was ich in keinster Weise abwertend meine, man muss ja heutzutage Landwirt sagen, ist ja auch, ja, naja, sprachliche Besonderheiten. Jedenfalls nehmen wir mal an, der Bauer, der hätte auf seinem Feld, also Bauer A hat auf seinem Feld Mais, Bauer B hat Mais, Kartoffeln, Karotten. Ne, nun mal spaßeshalber. So, jetzt kommt der große Maiskäfer und der große Kartoffelkäfer und letzteren gibt es sogar wirklich und fressen jeweils Mais und Kartoffeln auf. So, jetzt hat Bauer A, sowieso ist der jetzt pleite, weil seine komplette Ernte gefressen wurde. Bauer B hat all sein Mais verloren, all seine Kartoffeln verloren, aber der hat immerhin noch Möhren. Ja, das heißt, das ist doch noch nicht eine Vollkatastrophe und gerade weil alle Welt jetzt Möhren kaufen muss, weil niemand mehr Mais und Kartoffeln hat, kannst du Möhren zu einem guten Preis verhökern und Bauer B ist wahrscheinlich wirtschaftlich nach wie vor existenzfähig, während Bauer A pleite gegangen ist. Und so ähnlich ist das halt auch im Wald, wenn du fünf Baumarten gepflanzt hast, krass, krasses Beispiel, ja, sag mal vier, das ist realistischer, und drei von denen sterben weg, dann hast du immerhin noch die vierte. Oder alternativ, wenn nur zwei wegsterben, dann hast du noch zwei und wenn nur eine wegsterben, dann hast du noch drei, dann merkst du es fast nicht. Dann sieht der Wald noch sehr intakt aus, zumindest für den Laien und den nicht so waldgebildeten Betrachter und ein solcher Wald ist immer stabiler. Je mehr Baumarten, desto stabiler der Wald, Punkt. Wir können ja wenig genug über den Wald der Zukunft sagen, weil wir ja nicht wissen, wie es kommen wird. Kristallkugel-Prognosen sind recht unzulässig, es sei denn, man ist Anthroposoph, dann darf man natürlich die Kristallkugel befragen oder Wahrsager sein und so ein Schwachsinn, aber das wollen wir ja nicht. Wir sind ja alles hier wissenschaftlich Interessierte und dementsprechend können wir zur Zukunft eigentlich nur eines sagen, im Zweifel ist Vielfalt immer besser als Einfalt. Das ist eine sichere Aussage. Alles andere muss man gucken, wie es kommt. Das macht das ja auch so schwierig, den Wald vernünftig an die Zukunft anzupassen, weil Wald ist ein sich langsam wandelndes System, unser Klima scheinbar nicht, jedenfalls nicht zur Zeit. So, dann haben wir Punkt 6, Verzicht auf Kahlschläge. Dazu muss man sagen, Kahlschlag ist im bisherigen Waldrecht selten genau definiert und unterscheidet sich nochmal je nach Bundesland, ab wann ein Kahlschlag eigentlich ein Kahlschlag ist. Im Regelfall wird er als etwas Schlechtes angesehen für die Waldökologie. Das ist ein klein bisschen umstritten, weil es Pflanzen und Tiere gibt, die Kahlschläge brauchen, um sich vernünftig verbreiten zu können. Insgesamt leidet aber die Gesundheit des Waldes und der Walderhalt unter Kahlschlägen schon. Für die Biodiversität haben sie Vorteile, für den Gesamtwalderhalt als Waldökosystem sind sie negativ. Daher kann ich einen Verzicht auf Kahlschläge durchaus unterschreiben, zumal ja Kahlschläge auch, die halt natürlich entstehen, also Kalamitäten, Störungen ist der Fachbegriff, sowieso von alleine entstehen werden. Das heißt, wir müssen nicht noch zusätzlich Kahlschläge machen, die kriegen wir sowieso zu Genüge. Und momentan ist Deutschland eh voll von Löchern im Wald. Daher muss man da wirklich nicht noch zusätzliche machen. Gut, Verzicht auf Kahlschläge, dass Fällen von Absterbenden oder toten Bäumen oder Baumgruppen außerhalb der planmäßigen Nutzung, Nanitärhiebe bei Kalamitäten ist möglich, sofern dabei mindestens 10% der Derpolzmasse als Totholz zur Erhöhung der Biodiversität auf der jeweiligen Fläche belassen werden. Und das ist ein wunderbarer Kompromiss, der hier die große Spannung aus der Thematik meiner Meinung nach rausnimmt, weil der Punkt heißt im Grunde, wir machen keine Kahlschläge, aber, und das aber umfasst eben Kalamitäten, soll heißen, wenn der Borkenkäfer 7000 Hektar Wald gefressen hat und man die jetzt schnell platt machen muss und das Holz aus dem Wald holen, damit der Borkenkäfer sich nicht auf die verbliebenen 893.000 Hektar ausbreitet, das ist jetzt völlig willkürliche Zahl, aber dann ist das schon eine sinnvolle Maßnahme eben zum Verhinderung der weiteren Ausbreitung einer Pandemie sozusagen, einzelne Wälder recht schnell und frühzeitig und großflächig platt zu machen, ist dann manchmal das einzige Mittel, was ein bisschen hilft. Manchmal hilft es auch nicht, weil die Situation so schlimm ist, dass man es vorher nicht hat ahnen können, aber beispielsweise, wir wussten 2018 noch nicht, wie das Wetter 2019 sein wird und schon gar nicht, wie das Wetter 2020 sein wird und konnten immer nur auf das Jahr reagieren, was gerade da gewesen ist. Rückwirkend hätte man viele große Kalamitätsflächen gar nicht so sehr aufräumen brauchen, weil der Käfer hätte sich eh ausgebreitet, aber das konnte man vorher halt nicht wissen und wie schon gesagt, wir gucken nicht in die Kristallkugel. Wir arbeiten nur mit dem, was uns zur Verfügung steht. Und ja, trotzdem, das ist also wirklich eine super Anpassung, dass ein Karschlag zu Kalamitätszwecken, wenn aus waldhygienischen Gründen sozusagen unumgänglich immer noch okay ist und sonst nicht. Übrigens ist auch definiert im Glossar, was ein Kahlschlag sein soll, alles was größer ist als 0,3 Hektar. Das ist definitiv dann ein Kahlschlag. Wenn es ein bisschen kleiner ist, dann kann man ja auch nach wie vor mal eine kleinere zusammenhängende Fläche als Kahlfläche anlegen und die wäre dann übrigens mit 0,3 Hektar immer noch groß genug, dass das als Lebensraum für zum Beispiel Schmetterlinge oder andere lichtlebende Tier- und Pflanzenarten ausreichen würde. Das heißt, für diejenigen, die sagen, Kahlschlag ist was Gutes, wegen den Schmetterlingen zum Beispiel oder wegen den Orchideen oder wegen dem digitales Poporea zum Beispiel, wie heißt das Ding? Fingerhut, Fingerhut, roter Fingerhut. Da muss man das dann regelmäßig machen. Ja, aber 0,3 Hektar reichen da eben wirklich aus und das ist eine für den Wald erheblich vertretbarere Größe als meinetwegen 1 Hektar, 2 Hektar, 3 oder 4 oder 5 oder viele 100, wie das zum Beispiel in Skandinavien oder noch schlimmer in Kanada der Fall ist. Wobei das auch andere Waldökosysteme sind, da muss man noch ein bisschen ein Auge zudrücken. Gut, ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Wir fassen einmal kurz zusammen. Bislang ist außer der Tatsache, dass man ein bisschen Schwierigkeiten hat, kleine Löcher im Wald wieder zuzupflanzen, weil man das gar nicht darf, weil man es der Naturverjüngung überlassen muss. Eigentlich wenig Kritisches dabei. Das Kahlschlagverbot als solches, wie gesagt, das besteht ja jetzt schon in irgendeiner Form im jeweiligen Bundesland, im Landeswaldgesetz. Daher ist es nur eine leichte Verschärfung, dass der Kahlschlag jetzt noch ein bisschen strenger definiert ist. Das aber auch schon alles. Also alles andere, was da bislang drinsteht, sind entweder Selbstläufer bei einem guten Förster oder sehr sinnvolle Maßnahmen, die absolut Sinn machen für den Wald der Zukunft. Das ist völlig Stand der Forschung. Mir gefällt die Idee, dass man sich beim Herrn Özdemir im Hinterzimmerchen sämtliche graubärtigen Forstprofessoren, also Forstprofessoren, die was zu melden haben, haben immer einen langen grauen Bart. Immer. Das ist grundsätzlich so. Ungeschriebenes Gesetz. Bei einer Tasse Tee im Hinterzimmer getroffen haben und dann ein bisschen diskutiert haben, was denn aus Stand der Wissenschaft gerade am sinnvollsten wäre, im Wald umzusetzen, weil genau so liest sich das. Das liest sich wie ein Best-of der Forschung der letzten 20 Jahre. Bisher. Gut. Und deswegen machen wir an der Stelle jetzt auch einen kleinen Schnitt. Und ich wedel mit dem Finger. Das ist sehr passend gerade. Ja. Und im nächsten Teil vielleicht eventuell sogar schon morgen geht es dann weiter, aber einfach, damit es nicht so viel auf einmal ist. Bis morgen. Macht's gut. Gut.